Und? Was macht ihr diesen Sommer? Ja, Standard. Fußballcamp. Hm, wohl eher nicht. Vielleicht ist Standard bald das hier. Meine Forderung! Alle Jugendlichen müssen in den Ferien ein unbezahltes Praktikum machen. Krankenhaus, Altenpflege, Sozialarbeit. Nur so finden wir Leute, die in diesen Berufen arbeiten wollen. Wenn wir das nicht machen, bricht alles zusammen. Das ist bald unser Standard. Das ist doch echt Bullshit. Als ob es so diese zwei Möglichkeiten gibt. Ja, Mann. Entweder ein Zwangspraktikum oder die Welt geht unter. Ja, mhm, ist schon klar. Aber wenn es wirklich so schlimm ist, dann müssen wir helfen. Auch wenn die das so sagt. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Zeig doch einfach mal, wie nice es ist, anderen Leuten zu helfen. Bezahlt einfach besser oder bietet den Leuten mehr Urlaub an. Dann wäre es vielleicht sogar ein Job für mich. Es gibt immer Alternativen. Echt krass. So leicht kann man manipuliert werden. Don't worry. Dafür hasst du ja uns. Nur zwei Möglichkeiten? Meist gibt es mehr.